Hallo! Die Aufmerksamen unter euch werden feststellen, dass hier gerade etwas fehlt. Die Frau Hasenzahn kann heute leider nicht dabei sein. Bei den Party-Tipps fürs Wochenende, das liegt einfach nur daran, dass sie am Dienstag so sehr gejubelt hat, als Dynamo ins Finale eingezogen ist, dass sie sich einen Nerv eingeklemmt hat. Hat sie mir gesagt, vielleicht wird sie einfach nur alt. Man weiß es nicht so genau. Deshalb bekommt ihr von mir die geballte Ladung Informationen fürs Wochenende. Freitag solltet ihr in Plauen am Start sein. Da wird der Plauener Frühling zelebriert. Bei dem natürlich wir nicht fehlen dürfen. Ein wichtiger Hinweis für die ganz Coolen, ihr solltet diesmal euren Wecker etwas zeitiger stellen. Also nicht erst 2 Uhr am Start sein, weil dann ist das Ganze nämlich schon vorbei. Es geht 20 Uhr los und um 1 Uhr wird der Stecker gezogen. Samstag ist dann wieder alles normal beim Ausnahmezustand in Annenberg. Dann gibt es keine Ausnahmen, da wird zur gewohnten Partyzeit gepartiert. Und neben uns ist da auch noch der schwere Nöller Franz Fango dabei. Und die Music Lovers werden ebenfalls ihre Lieblingskassetten zum Besten geben. Volles Programm sozusagen. Es steht ein ereignisreiches Wochenende bevor. Bis dahin sollte auch Tifi Hasenzahn wieder fit sein, damit wir mit euch Vollgas geben können. Wir freuen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.